Diese hier zum Kauf angebotene gut gepflegte Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Berlin-Mitte. Das im Jahr 1999 erbaute Haus verfügt über sechs Etagen. Die Wohnung befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Haus hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche sowie einen Keller. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 61 m². Der Kaufpreis der Wohnung beläuft sich auf 239.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017